Ich bin Marcel Bierin, ich arbeite bei SwissLife als Business Analyst. Es hat ganz viele verschiedene Facetten, die an meinem Job spannend sind. Zum einen ist es der ganze Kontakt mit den verschiedenen Leuten, die Anforderungen als System haben, unten aber auch mit der Informatik, die dann unsere Anforderungen umsetzen. Ich spiele Fussball seit ich eigentlich ein kleiner Junge bin, seit ich 5 bin und gehe jedes Training motiviert von vorne an. Ich glaube, ein Teamkreis wird bei SwissLife sehr gross geschrieben und dann findet man auch schlussendlich zusammen eine Lösung. Die heutige Zeit ist echt schnelllebig und wir müssen stets reagieren, immer im Interesse des Kunden. Das heisst, die Entscheidungen, die ich eigentlich vor einem halben Jahr gefällt habe, müssen heute wieder hinterfragt werden. Das ist aber auch die Herausforderung, die wir in unserem Job haben und was Spass macht, um diese Herausforderungen auch sportlich anzugehen. .